hallo mein zuschauer und willkommen zurück zu einer weiteren folge da legt letzte folge da haben wir in unseren ersten da weg im herr und ganz viel da links wir haben ein tor befreit ja nur leider muss man feststellen dass die dalek dabei sind die welt zu infiltrieren also viele wie ich da draußen gesehen habe ich muss doch kurz gucken er steht auf einfach es ist nicht normal aber es gibt gute neuigkeiten wir haben unseren raumanzug fast fertig als ich was uns jetzt noch fehlt schwarzer farbstoff den kriegen wir durch tintenfischer das heißt auf zu den tintenfischen ja gut dass wir direkt hier sind was ich habe mich noch mal ein bisschen schlau gemacht und herausgefunden dass wir das aussehen unserer tales verändern können hier da haben wir uns alles haben wir gerade gelockt ok red wolf ok die ist wohl frei 240 aha ja ja damit fallen wir überhaupt nicht auf ich werde für das für welche nehmen wir denn es gibt das end portal als wenn du alles was wir nehmen kommen in den baum oder ja wir fliegen jetzt auf jeden fall erstmal irgendwie ein bisschen rum und suchen das ist ja irgendwo welche seien da haben wir schon mal ein jetzt sind sogar zwei oder ist nichts geld aber klar ich auch dass hier dass wir hier bei stehen gehen wir brauchen vier mal schwarzen farbstoff das heißt hier hätten wir schon mal hoffentlich zwei drei so das ist aber gnädig dass er jetzt ist gut ich brauchen wir kommen jetzt wir haben unseren raumanzug geile sache jetzt funktioniert das auch guck mal wir können reingucken in unseren wir können einfach in unsere tales einschauen geil alter ok wir haben wir müssen nur noch diese vier plastik blöcke umfärben und dann haben wir unseren raumanzug gut dann gesehen wie wir jetzt im mars ja da seid ihr perfekt das ist ja noch wir haben ihn wir packen alles rein was wir nicht brauchen weil das das brauchen wir schon und können wir auch gut gebrauchen was brauchen wir aber nicht ist machen wir einen screenshot davon wir haben ihn auf zum mond los geht's wieder in diesem zeit vortex was ich noch nicht gesehen hat ich habe hier oben das portal noch mal geändert dass so ein gold sieht auch einmal so schlecht aus ja 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 erlangen ja 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 komm, lade wir gehen raus geile sache leider ist unsere tage ist einfach als baum hier gibt es so viele neue mondrock noch ein mondrock gibt es so viele verschiedene was ist das ist das hallo wer sind sie wir sehen etwas merkwürdig aus wissen sie schon sind wohl die zombies vom mond hat sich die erde an jetzt gibt es auch irgendwie irgendwas schönes auf dem mond das wäre gut zu wissen also noch eine fließende vielleicht können wir jetzt so eine waffe bin ich ein angreifer bin ich tot neues erz eierschale was macht ein eierschale auf dem mond kann ich aus eierschale irgendwas machen nö okay eigentlich kommt ja dumm dass sie hier sind aber naja alter was ist denn hier los alter warum gibt es hier so viel davon hieß es ja auch gut zu wissen meine luft ist wieder hoch wait sag nicht wenn ich hier irgendwo draufstehe dass sich meine luft erhöht alter wie krass wäre das denn weiße eierschale man braucht die für nichts also warum gibt es die hier können wir hier normales essen essen das ist jetzt meine frage ja kann man okay muss es doch ja meine ich doch neue erze was ist das hier kristallin das hier titanium oh das nehmen wir natürlich mit ne ich bin ja schon neugierig ob es hier irgendwas gibt in den dungeon oder so äh also sind wir ein bisschen nicht böse aber ah ja ich bin ja schon neugierig ob es hier irgendwas gibt in den dungeon oder so da wäre ich nicht böse ich will aber einmal kurz gucken okay hier neue erze aber anscheinend gibt es keinen dungeon gut zu wissen da gibt es so viele eierschalen ne hier ist wieder kristallin naja ne soll es hier andeuten dass hallo wenn ich dich nicht angreifen bist du freundlich ne aber ich kraft die an dropbar bitte die waffe wäre sehr nett mein essenschwert ist fast down ach das soll ein nashörner sein ach das soll ein nashörner sein okay das hier sind ungefähr so wie pigments alter was hast du für eine dropchance alter wie gering ist die nashörner sein oder das ist ein goldschwert nasa spare oha geh also auch sowas aber ein goldschwert ne ohne gut zu wissen gibt es ja keine da nächstes auch die kinder aus uns bringt auch gott tatsächlich aus sonterna oder so Exit Drain Exit Drain Hm Naja Ja kurz, dann machen wir ein bisschen weiter hier Weil der Mood ist groß Und wir sehen, diese Kreaturen droppen geile Sachen Titanium, was ist denn Der schmelzig, was kann ich daraus machen? Mit Gun Cyborg Hand Aha Einen Löffel Fünf Angriffsschaden Einen Baseball Bat Aha, geil Sonic Screwdiver Warte, Brass, Brass Keine Ahnung, wo ich das herkriege Okay, ein Doors Den Knopf habe ich Den Knopf habe ich, das habe ich auch Redstone müssen wir noch finden Wir bräuchten dann Sonic Einen Sonic Crystal Okay, einen Sonic Crystal, keine Ahnung, wo ich den finde Wahrscheinlich auch vererde, habe ich so das Gefühl Gibt es hier nichts mehr außer als euch auf dem Mond Gibt es hier nichts mehr außer als euch auf dem Mond Ich werde hier nicht sterben Ey, droppt einfach nur Ist nicht schlimm ne? Kommt auf mich zu? Ja, der kommt auf mich zu Alter Drop deine Waffe Droppt gar nichts auch, geil Ich meine, man könnte mit diesen Blöcken ziemlich geile Sachen bauen Wir geh mal hier ein bisschen rein Gibt es hier irgendwas schönes? Ne? Okay Ich weiß, wie kommen wir jetzt da wieder hoch Ah Bauen wir uns einfach hoch Um, sind wir wieder oben Also hier mit der schwere Losigkeit ist schon geil Oh Gott Oh Gott Nicht sterben, nicht sterben Das wäre schön Wieso stoppt ihr denn immer nur hohes Fleisch? Gibt er auf mich zu? Ne Oh ey, hier sind ein paar mehr Ein paar mehr sind hier Ah Manchmal haben sie den Helm auf Manchmal nicht Und ja Nichts als rot für Fleisch Ich hätte es mir spektakulärer vorgestellt, aber Wow Alles klar Ah ja Wir haben den Mond erkundet Wir haben den Mond erkundet Ah ja Hier brauchen wir keine Luft Aber ein Dalek ist hier Das ist gemein Alter Wokan Guck mal, wie viele Dalek sind hier Ich sag doch, sie haben den Planeten infiltriert Oh Mann Ist das ein Dalek? Sieht aus wie einer Alter, wie viele sind denn hier? Also man kann ja echt gut Daleks farm Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott Komm her Dalek, komm her Oh fuck Oh fuck Nein, mein Schwert ist weg Nein, mein Schwert ist weg Nein, mein Schwert ist weg Ich kann den Spitzhack angreifen, Alter Ich schock einfach nur Muni Okay Na ja, ne Sollen wir recht sein Was ist das? Ne, das war mein Baum, ne? Was? Ne? Was? Ne? Äh 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 Was machen jetzt mit einem Baum? Der hier war's Alter Ja Ja, wir haben neue Space Suits, obwohl wir gerade eine gemacht haben, auch geil Titanium ist erstmal fertig schmelzen, ne? Machen wir das mal Dalkanium Dalkanium können wir auch besten auch schon mal alles mitnehmen Wir haben 36 Stück Wir craften jetzt einmal um zu den Ingots Spann ich mich, wie wir rauskommen Genau Fünf Stück Okay Also was kann ich mit euch nochmal machen? Da der ganz dick Also ich könnte mir jetzt ein Schwert oder eine Axt machen Problem ist nur, die machen nicht wirklich mehr Schaden als, äh nochmal Ein Stuhl Was meint, wie sollen wir den machen? Da der Gradio Dalkanium Blöcke Die Rüstung ist eigentlich auch nur ziemlich schwach Ich werde dafür, dass wir der Frust schwer machen Wir brauchen nur noch einen Tintenbeutel Den sollten wir finden Mh Doch nur noch mal Hier im Zuf, komm, hier muss auch noch ein Squid sein Komm, ein Squid Yes Perfekto Wollen wir jetzt auch ein Squid? Das ist ein Goldschwert Hm Sind sie die Tore Perfekt Squid 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 War das hier? Oder? Ne, da Hier war das, ne Nein, äh Ja gut, ich bin gerade im Mittelbild ver... Ah, da war es Hallo Wunderbar Da komm, ich hole mich, dich hole ich mir auch noch Einfach aus Grund, falls ich nochmal Tinten so weiter brauche Dankeschön Joa Joa, alles in einmal wieder eine gute Folge Muss ich schon sagen Muss ich schon sagen Gehen So, der Frost Chair Machen wir jetzt W Wir haben so viele Daleks auf der Welt, da kann man sich, ne Ah, wir brauchen noch das Ding da Elektronische Was weiß ich Da Perfekt Haben wir Haben wir Da kommt Davros Chair Da haben wir ihn Davros Chair Kann der was? Ah, kann er sich da draufsetzen? Cool Oh, warte Oh, warte Ah Jooo Wie geil Wir haben Unser Erstes Fahrzeug Geil Haha Wird er mitgenommen? Wird er mitgenommen? Joo Joo Au Okay, das hängt halt also wie so ein Pferd, äh Herzen Geil Joa Gute Ausbeute Äh Ey Mich nimmt er nicht mit, oder was? Wo ist der Stuhl? Danke, dass ich der Stuhl fehlt Wo ist der Stuhl? Nein! Scheiße Dummheit Von Du bist Gamer Ja gut Aber trotzdem Vielen Dank fürs Zuschauen Macht's gut Und ciao Weil du Hörts Gamer Oh, ich bin so bescheu... Oh Die Aufnahme läuft noch Ihr habt nichts gehört